Wir möchten diesen Anlass nutzen, heute eine Medaille vorzustellen, die natürlich das Konterfei von Friedrich Rückert aufnimmt, aber auch das städtische Gymnasium, die alte Lateinschule, wo Rückert selbst einige Jahre unterrichtet wurde. Mehr zur Münze, zur Medaille und seiner Herleitung möchte ich jetzt aber bewusst nicht sagen. So, hallo, wen habe ich denn jetzt vor der Kamera? Sie haben Reinhold Joran vor der Kamera. Ich bin ehrenvorsitzender, langjähriger Vorsitzender der numismatischen Gesellschaft Schweinfurt. Sie können mir doch bestimmt noch was erzählen über die Rückertsmedaille, die heute ja an der Stafflaure gemacht worden ist oder die Nummer 1 an den Oberbürgermeistern gegeben worden ist. Sie wissen bestimmt, woher das kommt und was da drauf ist und so. Sie erzählen mir bestimmt noch was dazu. Ich probiere es mal. Also die Medaille ist eine Sitzelmedaille, die nun rechtzeitig zum Gedenken an den Todestag Friedrich Rückerts nun 1866 hier erschienen ist. Also es geht um den 150. Todestag und die städtische Sparkasse hat sich entschieden, da eine Gedenkmedaille nun herauszugeben, die wohl das ganze Jahr über verkauft werden wird im Jubiläumsjahr. Auf der einen Seite ist ein Altersporträt des Dichters und Orientalisten abgebildet. Auf der anderen Seite das Museum im Alten Gymnasium, in dem fast von Anfang an ein Rückertzimmer eingerichtet war und daneben die Rückertbüste. Jetzt gibt es ja auch eine Ausstellung parallel dazu. Und was ist da ausgestellt? Ausgestellt sind einmal Medaillen auf Friedrich Rückert und auch einige Medaillen, die sich auf sein Werk beziehen. Sowohl sein Werk als Orientalist, hier ist Stichwort die östlichen Rosen, Gedichte, Gedichtpassagen aus diesen Rosen sind dort abgebildet. Zum anderen auf seine Gehanische Sonnette, Vaterlandsdichtung, historische Dichtung, zum Beispiel auch eine Medaille, die sich auf sein berühmtes Gedicht über Kaiser Rotbart im Küffhäusergebirge bezieht. Also gut, dann vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit der Ausstellung. Dankeschön. Bitteschön. Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister. Oftmals muss man Dinge ja sehr umfassend beschreiben, weil sie nicht sichtbar sind. Das kann ich abkürzen. Letztendlich haben wir die Medaille mit der Nummerierung 1 heute zur Übergabe. Und wir haben ja schon Tradition. Ich glaube, das letzte Mal waren wir im Wildpark. Und auch bei diesem Termin konnte ich Ihnen die Nummer 1 übergeben. Und bevor ich jetzt groß beschreibe, würde ich sagen, wir geben das nachher für Sie frei zur Besichtigung. Ich mache aber trotzdem vorher die Übergabe, weil ich einfach davon ausgehe, dass Herr Oberbürgermeister das nachher wieder rausgibt, damit Sie es noch mal sehen können. Wir werden uns während des Jahres noch bei der ein oder anderen Veranstaltung treffen, wo wir als Sparkassien Beitrag leisten können und wollen. Und insofern geht es heute ja zumindest für uns um den Auftakt. Und ich darf Ihnen die Nummer 1 übergeben in Silber. Sparsam, wie wir sind. Das Zertifikat, nehme ich mal raus und wünsche uns, dass letztendlich auch Bürgerinnen und Bürger und Kunden der Sparkasse angesprochen werden können, die Silbermedaille zu kaufen. Letztendlich ist hier auch ein Stückchen ein wirtschaftlicher Ansatz dahinter. Er steht aber nicht im Vordergrund. Er steht da nicht im Vordergrund. Auf jeden Fall, da kann ich mich jetzt nicht anfangen. Danke schön. Ich bin zweifelig. Wir haben zwei zum Weg weiter durch hier. Nach 8. Ich bin zweifelig. Gehaltshhh. Vordergrund.